was geht ab bei euch der straußdorf so ein paar linie am start und ein booster battle gegen längli 10 13 so das video war den habe ich vor produziert freitag abend das video wird online kommt so gegen 12 uhr lenken dieses video auch also schaut bei ihm vorbei auch richtig nice gibt ihn da oben gibt mein video daumen oben booster battle gegen lang die länge die 10 13 versagen reisen die tüte auf haben wir einmal andres liessa volatil wohnen die nehme ich nicht fit doch small of wilfried und roman torres das weiß ja nicht was so gut lenken die abbaustür für bessere spiel ab und nicht für den titel wird also wie gesagt andere sind jetzt da schicke ich in sein vielleicht haut euch ans troppo link rein andres in jester ich weiß es nicht anderes in jester ist mein spieler das video über zwölf uploaden und deswegen muss ich sagen ja hau rein und schicke auf